Ja, ja. Okay, machen wir's kurz. Wollt ihr noch eine Zusage hören? Wir wollten noch eine Wiederholung machen. Wir haben jetzt wirklich fast alles aufgebraucht. Und meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Du schreist aber auch immer so. Das willst du doch immer. Mach doch mal sein Mikro an. Ich nehme mein Mikro aus. Gut, und das wäre schön, jetzt kennt ihr ja den Song schon, dass der Vorteil ist, ihr könnt auch besser mitsingen. Die Kneipe in meiner Straße, es ist goldener Handschuh bekannt. Da sitze ich am Tresen und warte auf Kerle mit Geld in der Hand. Im Mitten ist meine Mutter, da wurde ich geboren. Und Vater hat alles beim Zocken hier im Handschuh verloren. Oh, 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 oh Die Tieren sehen mich tagsüber nicht an, Nachts werden sie zu Tieren, die man nicht zählen kann. Oh, 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 oh. Komm, bring mir deine Kinder, ich zeig ihnen all deinen Dreck Vielleicht am diesmal besser, aber wir kommen vom Handschuh nicht weg Die Kneipe in meiner Straße ist als goldener Handschuh bekannt Da sitz ich am Tresen und warte auf Kerl mit Geld in der Hand Oh, 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 oh Jean-Louis Miracke